Herr Hörer Herr Raffenspeck in town heute machen wir eine special folge steht heute machen wir eine special folge in meiner schönen Stadt und zwar werde ich heute mit Versuchung nehmen noch mal eine Portion Pfeile und ein was nehme ich mir ein Tierschwert und werde auf dem schwierigsten Spielmodus versuchen eine Nacht lang zu überleben in diesem Kaff ob das funktioniert wir werden es ja gleich sehen da die Sonne geht schon unter schießen wir die Sonne ab egal ähm Optionen Schwierigkeitsgrad schwer zurück zum Spiel und soll ich mir soll ich mir noch ein paar Spawner und klarerweise machen wir auf Survival-Mode da gibt es ein Expo und da nichts oder naja dann können wir ja mal den killen und und zack jetzt kommen da seine Babys raus und Scharfschütze des Jahrhunderts nein bitte ja ja so jetzt kennen wir den so jetzt hat die Babys bekommen die wir auch gleich killen okay und wo sind jetzt die ganzen Kripp und so ich schon mal runter Uro und Ursch ist ich habe mich selber abgefetzt konnte ich nicht sein Erstmal nicht. Okay. Da ist nichts. Warte, was hast du für ein Angebot? Nein, dich kehre nicht zuerst mal. So. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Oh, what the heck! What the heck, guy! Hä. Wenigstens können die mir nix anhaben. Das ist praktisch. Hm. Spawnt da wirklich... ...kein Zombie? Doch, da sollten schon Zombies spawnen. Ach, ich gehe nochmal kurz auf Creative und setze da gleich mal ein paar Zombie und Creeper. Nein, wo ist Zombie? Zombie Villager? Zombie Baby? Zombie Baby Villager? Spider Jockey? Uh, aber das will ich gar nicht. Wo ist das Zombie? Wo ist das Normale? Äh, da ist es. Und ein Creeper? Spawner? Creeper? Creeper. Und ach, jetzt setzen wir überall ein paar hin. Setzen wir da ein, nein. Da setzen wir ein hin. Da. Da. Jetzt setzt sich da noch ein hin. Da. Da. Noch mehr Zombies. Ui, das wird lustig. What the heck? Nein, ich muss sie retten. Nein, ich muss sie nicht retten. Okay. Jetzt positioniere ich mich auf dem Brunnen, nicht unter dem Brunnen. Und. Survival. So, zuerst wird mal der gekillt. Zack. Und nochmal. Boah. Hm. Oh, ich glaub, der ist da reingefallen. so ein loser okay jetzt gehen wir den Typen so, die können wir nichts anhaben, aber da ist noch ein großer da drin sind Schleimbatzen und jetzt ich muss sie retten, die Villager okay welches Haus war das nochmal? Woah! Hilfe! Hilfe! Schnell rein! War's das? Nein, das war's nicht! Woah! Hallo? Oh! Da da da! Nein, bitte! Bitte! Wo ist das Haus? Das gibt's doch nicht! Du bist das Haus! Wo ist dieses dumme Haus? Weg zum! Geh weg! Oh shit, der hat denn mit der Mannschaften? Nein! Das war ne Eisen! Ich rate mich mal zu euch! Pff! Oh, das ist ein Wahnsinn! Da! Ja, da war die Kiste! Ja, super! Ja, hab ich getragen! Jetzt schnapp mich mal mal die Mannschaften! Und Pfeile werde ich noch brauchen! Und Brot auf jeden Fall! Das kann... Smaragm! Goll-Opfel keine Ahnung! Das bräuchte auch noch! Hm! Okay, das zieh ich mir an! So! Jetzt bin ich schon ein bisschen mehr geschützt! Und... Komm rein! WTF! Bin ich schon so... Muss was essen! Warum hab ich nur mehr so wenige Herzen? Hm! Ich warte lieber hier drin, bis sie voll geheilt sind! Kann ich da noch was mitnehmen? Nein! Ich brauche ein Crafting Table, dann kann ich mir ein... Chest machen! Nein! Chest? Nein! Warum Chest? Also... Brustplatte! Bitte! Schnell! Bitte fülle ich schneller wieder auf! Egal! Ist da was? Ist da was? Ja, da ist was! Shit! Shit! Nein! Hilfe! Zombies! Wah! Creeper! Wow! Wo ist ein Crafting Table? Bitte! Bitte! Ich brauche ein Crafting Table! Wah! Warum kann da kein Crafting Table drin sein? Kann ich das durchschießen? Wow! Oh! Etf! 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 Oh, komm nicht rein! Wow! So, was mach ich mehr? Wow! So, was mach ich mehr? okay uiuiuiuiui und das war eine Hammernacht aber da ein paar YouTuber gesagt haben mich so längere Videos machen werde ich jetzt auch längere Videos machen und deswegen häng ich daran gleich noch eine Nacht und die Zombies baden da schön den musste ich töten weil sonst wird er nie verbrennen komm wo ist der Kirchdu wo ist der Kirchdu so okay das ist echt Hammer woher Leute wisst gar nicht wie schlimm das ist es ist ein Zauber und jetzt machen werden das ist ein Zett und es wird langsam wieder nach die Monster fangen wieder an zu holen und oben in den Stammes mit Mannschaft Stammes richtig Posten und schon kommen um ich habe nicht gut so nein oh nein sind schon Zombie-Villager ich bin ein bisschen verrückt und setzt hier was ist unter mit euch und dann kann ich nicht nicht was ist mit euch doch und die haben auch schon Kinder bekommen die Zombies ich schieße ich schieße einfach mal in die Menge irgendwie und Hilfe wie viele jetzt fehlt nur noch dass ein Creeper kommt und mir den Boden unter den Füßen weg sprengt nicht Hilfe das ist anstrengend erst mal ein Brot so jetzt geht's weiter ich ich habe keine Lust mehr ich ich jetzt und zwar äh wo ist ein Dynamit äh kann ich kein Dynamit das kann es jetzt aber nicht geben ach nein ich mach was anderes nein das ist nicht nicht bogen nein Pfeile kann man Pfeile machen ach jetzt Bogen und zwar 5 5 5 5 5 ok und make so einen guten Bogen 5 die Versammeln sich ja alle ja sterbt zock oh brennt halt das Haus ab egal ok auf jeden Fall werden wir jetzt mal diese ganzen Zombies töten das habe ich mir zur Aufgabe gemacht 8 warum haben die Schaufel nehmen die zu müssen mit Schaufeln die sind 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 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 6 wir müssen so schnell ist wo sind meine Sachen da sind sie das sind sie das sind sie das sind sie das sind sie alles nehmen alles nehmen und schnell weg schnell weg schnell weg ich bin erst mal in Sicherheit um 9 ok das macht nichts jetzt jetzt hoch hoch es gibt es doch nichts 9 und schon wieder muss ich die ganzen Sachen suchen um ja ich bin weizen um mich zu verteidigen hier 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 haben vergessen wo aber ich hab den Bogen okay das ist gut und ich habe ein Ei das ist auch gut hier hier ich habe das ist total Schnell! Alles holen! Und jetzt wieder in die Kirche. Da bin ich sicher. Leute, das war nicht lustig. Das war nicht lustig. Das war nicht lustig. Ich schwitze ja schon. Soll ich noch eine Nacht machen? Nein, ich glaube nicht. Das wird zu lange. Pfff. Das war krass. Pfff. Nein. Pfff. Pff. Wo sind die anderen Sachen? Ja, die in Norman. Ach, das waren sicher diese dummen Endermans. Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal. Ja, bitte. Nein, er hat das Schwert nicht getroppt. Aber okay. Und dir gebe ich dir verpasst. Noch eine. So. Bitte. Pfff. Böse. Böse. Pfff. Leute. Oh! 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 Ah! Zack! 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 Monbook, WTF! Es ist die richtige Richtung. Da ist sie. ein Eier schicken das sind meine ganzen Sachen um okay ich ziehe alles noch mal wo schnell dritten bevor von hinten was kommt warum nämlich nicht ein Mensch wert das ist die Kirche okay es geht noch einmal zum Abschluss darauf ziehen wir alle Sachen an falls ich überhaupt noch alles habe neun den Helm hat mir irgendwer genommen aber egal das war es mit dem jetzt gleich ich hoffe es hat euch Spaß gemacht mir hat mir hat es halbwegs Spaß naja mir hat es auch Spaß gemacht aber es war einfach zu anstrengend und ich brauche es mal eine Pause also Leute also Leute bis zum nächsten Video wenn es euch gefallen hat dann like dieses Video und abonniert mich für mehrere solche Videos und teilt meine Videos und bitte Leute weiterempfehlen bis zum nächsten Video ciao ciao bis zum nächsten Video